So, moin moin an alle, freut mich, dass ihr es hier auf meinem neuen Kanal geschafft habt. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, was labert der Junge da jetzt, also mal lieber mixen. Da muss ich euch leider enttäuschen. Also auf dem Kanal habe ich vor, alles rund ums Mixen zu machen, sprich Video, Audiobearbeitung, wenn euch irgendwas interessiert. Ich habe mir überlegt, ich fange einfach mal an und zeige euch so ein bisschen, womit ich hier auflege. Also einmal der Lappi mit Traktor Pro 2, dann der DJM800 Mixer von Pioneer sowie zwei CDJ400 und die X1 Traktor Control Konsole von Native. Ihr seht hier noch meinen Fernseher und der ganze andere Schrott, der da halt so rumsteht. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Vorschläge, was ich so alles an Videos machen könnte, eventuell das ein oder andere Tutorial oder sowas in der Art. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt mir Comments. Ich werde alle Comments durchlesen und bin auch schon richtig gespannt darauf. Hier sind wir gerade in der Küche. Da habe ich mir gerade einen zweiten Rechner aufgebaut, also eine richtige Rechenmaschine. Und ich arbeite jetzt gerade an dem 10.000 Subscriber Special Video. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber Leute, es wird Bombe. Glaubt mir. Ich habe echt schon viele Mixes gemacht, aber ich glaube, dieser, der wird echt alles toppen. Also seid ruhig gespannt drauf und schön weiter abonnieren. Ich glaube, mir fehlen noch 300 Abonnenten oder sowas. Dann sind die 10.000 geknackt. Also je schneller ihr abonniert, desto schneller werdet ihr das Video sehen. Und wo wir schon mal dabei sind, als kleines Dankeschön, dass ihr auch fleißig dem Link gefolgt seid, kriegt ihr jetzt nochmal eine allerletzte Preview von dem neuen Mix. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017